Ich suche eine Speicher-Punkt. Was so viele Cycles haben krummelt, könnte sie noch nicht wieder gestorben werden? Will der narrator Hoffnung. Denk an Geduld. Oh nein! Sehr gut. Ja, hübsch ist es hier nicht. Hübsch ist es hier nicht. Wie viele fehlen eigentlich noch? Moment. 33. Füllt Zugriff bei Benutzung auf. Regeneriert Gesundheit bei kritischen Treffern. Er leidet keinen Schaden. Okay. Okay. Gut, das heißt, wir gehen jetzt kurz zurück. Und erinnern die Golfer-Waffe. Wo ist sie denn? Da. Der Raubtier-Putter. Da. 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 Sehr gut, sehr gut. Und lass mich raten, hier vibriert eine Waffe. Jupp, tut sie. Kada, erhöht Schaden der Gruppe, erhöht Wucht. Die Suche meines Trägers nach einem herrenlosen Platz. Zwang ihn dazu, die weiten Nostal... Hier steht noch Nostalgias zu erkunden. Und zwar von seinem Dachgarten aus. Die Löcher in die Clips waren zu groß für eine Herausforderung. Ah ja. So. Achso, ja. Und tschüss. Hui. So, vielleicht bis in ein paar Stunden. Seid lieb, Jan. Alles klar, Kutenji. Vielleicht bis später. Dann kommst du vielleicht auch genau richtig zu... Noch ein bisschen Final Fantasy. Mhm. Vielleicht. Äh. Ein Gegner voraus. Okay, wir gehen aber erstmal in die andere Richtung. Äh. Wie viele Waffen habe ich hier jetzt zum Marinern? Eins, ne? Null. 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 Pass auf, ur-komisches Etwas. Was denn? Wahrscheinlich nichts und das ist der Witz da dran. Na? Ja. Hier oben war ein Typ, den man besiegen muss, glaube ich, oder? Ne, das kann man mitreden. Nein. A good king once held power here. Back when our story made sense, an impostor would shroud the castle in darkness. That was the tale we agreed to. And the good king was always meant to reseat his throne. So many times was he saved. While never truly in danger. Now, true danger grips us all. Bitte, save the King. What the fuck? Wehrwölfe. Wehrwölfe. Sehr lukrative Wehrwölfe. 880. Da könnte man fast ein paar Level mit farben. Ich muss noch einmal ganz kurz einer sagen, ob der Stream wieder hängen geblieben ist. Ist ja noch da. Mal ganz kurz Kontrollero. Ganz kurz ein Kontrollero machen. Weil ich habe wieder einen Bildhänger gehabt. Und das Spiel hat sich aufgehangen. Nee, ist es noch da. Ich hasse es. Ich hasse es. So, ich mache meinen Chat einfach größer. Pop out, dann ist das da weg. Okay. Ja, das ist natürlich gut. So. Alles klar. Der Stream läuft noch, obwohl das Spiel abgeschmiert ist. Kotzen. Keine Ahnung, was das Problem ist. Lade, lade, lade. Kopf, Arme, Brust, Beine und Füße. Zack. Und nochmal den Wehrwulf töten. Nice. Vermeide Loch. Wenn du das sagst. Erinnerung eines korrupten Helden. Denk an Fuß. Irgendwie sagt mir das, dass man sich hier mit irgendwas erinnern kann. Aber ich habe es vielleicht noch nicht. Habe ich denn irgendwas, was jetzt eine, wo die unentdeckte Region jetzt weg ist. Gefälle des Hexenmeisters. Da fehlt mir noch was. Unentdeckt. Unentdeckt. Hat das guten Monarchen. Szene der tragischen Niederlage. Nö. Ist ja auch Gefilde des Hexenmeisters. Da unten ist auf jeden Fall der Anfang. Da ist der Altar oder wie auch immer das heißt. Das ist ja Gefilde des Hexenmeisters. Okay. Da oben rennt wieder einer rum. Ich glaube, da kommen wir zu dem. Was ist hier unten? Okay, das Spiel will mir was sagen. Das Spiel will mir sagen, besser deinen Dolch auch auf. Da oben ist auf jeden Fall ein Item. Okay, da kommen wir ja. Aua. Gut, wir gehen nochmal zurück und nochmal den Berg darauf. Weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht eine Sackgasse ist. Dann haben wir auf jeden Fall das Item da oben. Einmal heilen. Oder auch nicht. Man kann das alles kaputt machen. Oh je. Das schreit ja nach Geheimgang oder sowas. Das schreit nach Geheimgang. Zum Beispiel hier hinterher hätte einer sein können. Ich brauche den Entwicklern alles zu. Versuch es mit Geduld. Ja, okay. Okay. Okay, die meinen aber nicht, dass ich da irgendwo hochgehen kann, oder? Das ist zu steil. Das ist nicht wie in der anderen Höhle, wo man sich so ein bisschen hochtrickeln konnte. Das ist steil. Tüdelü. Komm mal runter. Und auch nicht. Und dann bleibt er oben. Ist auch okay. Okay, aber wie man jetzt da raufkommt. Wie kommt man da rauf? Hm. Hm. Vielleicht später. Was anderes kann ich jetzt gar nicht sagen, weil ich überhaupt nicht weiß, ob ich irgendwas übersehen habe in der Richtung, oder? Naja, mal gucken. Wir gehen erst mal weiter. Steine. Versuch es mit links. Ist das der nächste Gegner? Das meine ich mit links. Eines Zonenbosses. Okay. Was haben wir hier? Ist das Hexenmeisterin, oder so? Versuch es mit Geduld. Da steht noch alle zwei Sekunden da. Trank der grübeligen Stimme. Leeres Tagebuch der Runen. Ähm. Plus Waffen. Verfalltschaden. Was? Markierst du dich selbst mit diesen Runen? Verursacht deine rechte Waffe mehr Verfalltschaden. Ein einst gewöhnliches Tagebuch, das jetzt durch eine unentzifferbare Runensequenz gestört ist? Verfalltschaden. Okay. Da wir eh mit Crit arbeiten. Keine Ahnung. Mal gucken, ob wir das noch vielleicht machen. Da steht aber auch komplett grundlos hier rum. Warum ist das hier? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Gut Tag. Das ist eine gute Frage. Äh. Der Abstand kann man nicht lesen. Oh. Direkt ein Punkt Abzug. Direkt ein Punkt Abzug. Man kann keine Grabsteine lesen. Das ist ein vergeudetes, äh, Stück Spieltechnik. Spieltechnik. Oh. 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 Doppelt. Der beste Effekt im Spiel. Doppelpunkte. Okay. Äh. Das glaube ich nicht. Sorry, mein Lieber, aber so weit traue ich dir nicht. Hallo Icarus, willkommen zurück. For Atonement, tone from corruption, abandon the pursuits that have cast you into degradation, salvation waits, fatality waits, penalty is a whisper from the almighty, you have strained, embrace your pain. Der Stick Mannequins ist immer noch nackig untenrum. Na, der ist ja nicht nackig, nackig. Äh, was habe ich denn jetzt, was ich erinnern kann? Dass man den nicht ausblenden lassen kann. Rehabilitationsgrube. Die heulende Agonie vergangener Folter wird immer lauter. Okay. 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 Wo führt die hin? Oh, ja bitte. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Kaboom. Boing. Boing. Oh. Nice, 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 nice. Er kann mehr machen. Wir haben keine Fragmente der Tradition. Dementsprechend kann er dahingehend nicht mehr machen. Aber du kannst den auch besser skalieren lassen. Das ist okay. Perfekt. Eiserne Jungfrauen PTSD. Das sieht auch fast aus wie das gleiche Modell. Fast. Ach so, und apropos Clouds Schwert. Nicht das hier. Das ist Clouds Schwert. Das Schlingelschwert. Das ist der Cloud-Buster, wie das Ding heißt. Hallo. Okay. Wir machen mal die Fackeln an. Einfach nur der Deko halber. Boah, Frau, gib uns was. Keine Predigt. Stickmannekes ist bekannt. Er fliegende Spaghetti-Monster an. Weil du schweigstst, schweigstst du deinen Kleinen durchsä Tú. Grundsch Fass ist dieine Hörer. Feierabend ist in dir zu sein. Realität ist nicht trafend. Es ist glücklich. Der Heiligkeit hat dir die Geimahl für Anfeuerungいる. Geht. Soleil von der Medikation. Geht. Na Luftsäure, die dich hat in Frieden gefeiert. Geht. D prediction. Das ist verschlossen. Das ist verschlossen. Das sind was? Ne, keine Holzschuhe. Das sind Sonic-Schuhe. Das sind Sonic-Schuhe. Roter Renner. Von dem Helden namens Akustik. Leider haben die aber keinen Effekt, der mich schneller rennen lässt. Ach, komm schon. Aha. Rehabilitation ist nicht Quarantäne. Es ist Merz. Die Allmacht hat dir die Möglichkeit, um das Atonenzial zu verbringen. Geh aus einer Korruption. Abandone die Versuche, die in die Degradation sind. Kasacken. Kasacken. Was? Kasackensack. Kasackensack. Mein Träger wurde eine Lektion in Bescheidenheit erteilt. Okay. Die Erinnerungen dieses Relikts müssen unbedingt gefunden werden. Ja, ich komm wieder. Ich bin zurück. Hm. Okay. Ich muss noch ganz kurz hier Pause machen. Äh, denn wenn ich nicht irgendwo hingehe, dann, äh, ja, gibt das Unfälle. Deswegen, äh, ich bin in ein paar Sekunden oder Minuten, wie auch immer, äh, wieder da. Aber ihr kennt das Spiel, ja? Deswegen, äh, wie sie gleich. Hoffentlich klappt. Ähm. Ähm. Gut. Pixelates your flesh. Wir bleiben mal in dem Menü hier und gehen hier durch. Hm. Schon wieder. Das Spiel ist ja aufgehangen. Ich hab keine Ahnung, was das ist, ne? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und jetzt dauert es auch wieder ein paar Minuten, bis, äh, hast du vorher gespeichert? Ja, das ist ein, jein, ne? Also, ich kann ja nur an diesen, ähm, an diesen Leuchtfeuern quasi speichern. Und das ist nicht so weit weg. Das ist unmittelbar in diesem Raum quasi. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Aber es ist auch nicht bei allen Spielen. Es ist, es ist die Kombination, wenn ich streame und was spiele, glaube ich. Ich hab keine Ahnung. Das kann ich nochmal alle Fackeln anzünden. Ich hab keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich möchte trotzdem die Fackeln anzünden. Die Türen sind alle verschlossen. Oh, schade. Huh! Und jetzt ist OBS wieder am Funktionen, also, zumindest der Chat. Der hat jetzt aufgeflackert und jetzt funktioniert's. Aber das passierte bis jetzt nur bei diesem Game und, naja, Final Fantasy, aber das ist eine andere Kiste. Ach, keine Ahnung. Die Türen ist nicht traurig, es ist mercy. Die Allmighty hat euch die Möglichkeit für Atonung. Turn from your corruption. Abandone die Pursuits, die dich in die Degration gelegt haben. Salvation waits. Fidelity waits. Pain ist ein Whisper von der Allmighty. Wenn du das als Computerfachmann nicht weißt, dann gibt es keine Hoffnung mehr. Naja, ich kann nur vermuten, woran das liegt, ne? Also, vermutlich kann es grundsätzlich daran, ist es echt ein Hühnerkostüm. Ist das eine Anlehnung an, ähm, wie heißt das, GTA, der GTA-Klon in der Highschool? Ähm, ja, keine Ahnung. Das könnte es nämlich sein. Jetzt der Erythus mehr Zeit, würde ich mir eine komplette Neuinstallation vorschlagen. Ja, Windows 11 wäre auch mal eine Sache, ne? Den GTA-Klon in der Highschool. Ja, wie heißt der? Moin, Kossik. Hallöchen. Kossik, weißt du, wie der GTA-Klon in, äh, auf der Highschool heißt? Oder was heißt GTA-Klon? Der ist ja auch von Rockstar Games. Bulli, genau. Genau, Bulli. Ist das vielleicht aus Bulli? Weil ich weiß, in Bulli gibt es eine Mission mit einem Hühnerkostüm. Und hier ist also ein N drauf. Und das heißt Kasackensack. Und Bulli ist ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich dachte, Windows 11 sei nicht ganz reif oder, oder so. Ich habe keine Ahnung. Kann es schlimmer sein als Abstürze? Versuche es mit Geduld. Versuche es mit Geduld. Abandone die Pursuit die dich in die Degradation bringen. Die Heilung ist die Waffe. Die Fertilität wartet. Die Schmerz ist ein Riss. Du hast zu vertreten, um deine Schmerzen zu bemerken. Sieht deine Schmerz, lass deine Schmerz verändern. Deswegen beginnt mit Schmerz. Das war knapp. Der Internatsimulator. Ja, ist ja eine Highschool. Ob das jetzt ein Internat ist oder nicht. Ist ja irgendwie eine Highschool oder sowas. Auch ein geiles Game. Aber sehr lang. Und auch nicht ganz so gut gealtert, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Sind ja alle wieder da. Mal eine kurze Frage. Also wenn rein hypothetisch ein gewisser Laden Wachsmelts für 10 Cent ein Stück verkauft und man 60 Stück gekauft hat, ist das denn übertrieben oder angemessen? Also rein hypothetisch, wie ich das jetzt gemacht hätte. Was ist das denn? Wachsmelts. Was ist das? Ich fände es ja cool, wenn du hier einen Shotgun aufmachen würdest, Spiel. Fände ich super. Fände ich richtig cool. Wachsstückchen, welche beim Schmelzen duften. Also wie Duftöle oder sowas, die du dann in so einem kleinen Behälter in der Kerze hast, oder was? Genau, nur eben mit Wachs. Und wie lange hältst du eins? Falscher Knopf. Sehr gut. Sehr gut. Hallo Skellis. Hallo Skellis. Skelly-Wally. Skelly-Wally. Schaffe ich's heute einmal Wachs richtig und auf Deutsch zu schreiben? Scheint nicht so teuer zu sein. Für uns ist die gut, aber es waren nur 6 Euro für die beiden Tüten. Für 6 Euro? Nein, für 6 Euro macht man selten was. Falsch. Entlastet. Speer. Der keine Erinnerung hat. Pardon. Für 6 Euro macht man nie was falsch, Wöckchen. Äh? Sieht das nur genauso aus wie ein Gang, wo ich schon war? Ich vermute mal, ne? Penance beginnt mit Schämen. Die Schein von Airwakes sind gut, aber die von Airwakes sind gut, aber die, die wir verkauft haben, sind von 15 Stück auf 10 Cent das Stück runter und die Alterung von 12 war 4, weil die keiner wollte. Naja, aber manchmal kaufen Leute ja etwas nur nicht, weil sie, ähm, wie soll man sagen, weil sie es nicht kennen. Weil sie die Marke nicht kennen oder sonst was. Okay, das ist nicht die gleiche Tür. Das ist so eine Lavatasche, ne? Also das ist dauerhaft. Die ganze Zeit quatscht die. Selbst wenn ich nicht lange gut rieche, dann habe ich einen ultrasüßen Eulenhalter für die Wachsteile. Und solange da auch die gleichen reinpassen wie von Airwake, ist das ja egal, oder? Dann kannst du immer noch irgendwann welche von Airwake kaufen, falls deine leer gehen. Gibt es ein Achievement, wenn ich alle Fackeln anmache? Was? Ein Bullshit. Ist ziemlich kaputt hier, meine Liebe. Hättest du mal reparieren können alles. Äh... 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 So ein Bullshit. So ein Bullshit. Na du? Immer wenn ich den sehe, habe ich Angst, dass der ein Dolch zückt und mich einfach wegmeuchelt. Immer. Die ganze Zeit. Okay, da gehen wir gleich hin. Hüddelü. Hüddelü. Häy... Die Heilige hat Ihnen die Möglichkeit für die Atonung verliegen. Quatsch, 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 Quatsch. Laba, 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 Laba. Richtig, ich würde einfach Öle reinmachen. Gut, einfach Öle reinmachen. Datumsdolz. Äh. Dieses Relikt kann sich... 6.000. Ja, ist egal. Ich mache es ja nur für das Leveln der Erinnerungspirks da. Das ist ein... Das ist ein... Eine Platine. Mein Träger versucht mit dir das Gewebe der Realität anzuzapfen. Er glaubte, dass die Quelle von dem Ehrgeizigen und Mächtigen benutzt werden sollte. Eines Tages kniete ein NSC-Mädchen vor meinem Mächtigen Held nieder und bot ihm die Codes und Brunen an. Ah. Ab 30. Wir sind bei... Einsichtslevel. Wo sind wir eigentlich gerade? Äh. Sind ich gerade nicht. Keine Ahnung. Datumsdolz. Klingt nach dem Tronschwert. Vielleicht. Die Referenzen von manchen Waffen sind mir leider nicht ganz so geläufig. Manchmal. Ja. Lass mich raten. Mega Shortcut. Jep. Mega Shortcut. Gut. Gut. Dann machen wir mal... Wobei, Moment. Komme ich denn... Ich hätte ganz kurz gespeichert und meine Punkte aufgeladen. Aber komme ich denn da... Komme ich da wieder weiter? Ah, okay. Man kommt hier wieder rauf. Sehr fein. Das ist ein Whisperer von dem Allmögen. Du hast strahlt. Ui. Wup. Seek your pain. Let your pain change you. Penance beginnt mit Schämen. Äh. Wir haben kein Symbol-Level. Zack. Ein Fragment. Leider, leider, leider. You are cloistered, because you have sinned. Sinned. Picsillates your flesh, because it ravages your hearts. Wrongness swells within you. Rehabilitation is not cruelty. It is something. The Almighty has granted you... Die labert vielleicht. Und labert. Labert. Aua. Der Daggerangriff hat leider so eine Verzögerung. Ne. Hier ist keine Fackel mehr. Ach, komm schon. Unverschämtheit. Im Übrigen... Irgendwo hier wird der Raum sein. Vielleicht das hier? Nein. Rehabilitation is not cruelty. It is mercy. Ach. Das Drecksvieh teleportiert sich ja zurück irgendwann. Drecksack. Vor allem, wie wir Tiefpreise, Aktionen und Kurs nutzen. Wenn wir sehen, dass ein Mitbewerber Artikel A oder B günstiger hat, da ist immer einer am Start. Und du kannst nochmal ganz anders mit dem Chef verhandeln. Das machen aber viele, ne? Also, ganz ehrlich, das ist der Vorteil, im Einzelhandel zu arbeiten. Muss man einfach sagen. Es hat ja auch Nachteile im Einzelhandel, aber das ist einer der Vorteile. So ein Drecksvieh. Oh, okay. Ja, ich habe alle Fackel angezündet. Achievement. Schön, 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 schön. Wenigstens hat das Ganze was gebracht. Besetzter Adalasser des Besetzers. Was? Der Neubesetzer des Schlosses ersetzte meinen Träger und zwang ihn in jedem Zyklus zurück in seine Kiste. Äh, okay. Freund voraus. Versuche Schwert. Auf einmal schlechtes Spieldesign. Warum? Hm. 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 Oh. Ich würde aber gerne erstmal die Brücke oder sowas runterfahren. Und das... Das Schlimme ist... Irgendwo kann sich hier dieses blöde Schwert erinnern. Die heulende Agonie vergangener Folter wird immer lauter. Weißt du, das kann einfach jeder Folterraum sein. Jeder. Ich krieg einen Brechreiz. Das Spiel ist wieder abgeschmiert. Das Spiel ist wieder abgeschmiert.